Hi Ladies! Teresa fragte mich, ob ich ihr ein Outfit zusammenstellen kann, was wirklich alltagstauglich ist. Und dabei langärmlich, weil jetzt gerade für die Jahreszeit da draußen ist es sehr angebracht. Und Teresa, dieser Aufgabe habe ich mich gewidmet und habe hier ein wunderschönes Outfit zusammengestellt. Doch bevor ich dann hier drauf eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder, alle Tipps und Tricks größer sehen wollt, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details, damit ihr nichts verpasst. Alltagstauglich? Okay. Da dachte ich mir, schwarz und weiß, das ist immer so schön zeitlos, passt zu allen, mal schauen, was ich das Schönes finde. Und siehe da, da habe ich hier dieses wunderschöne Kleid von Buffalo gefunden. Und wie ihr seht, es hat einen wunderschönen Farbverlauf von weiß zu schwarz. Und natürlich, wie gewünscht von Teresa, langärmlich, damit sie wahrscheinlich nicht so schnell friert. Und das Geniale ist, es ist ein Jersey-Kleid. Jersey-Kleider, wer sie noch nicht getragen hat, werden sie lieben. Denn bei diesem Jersey-Kleid ist ein Elistan-Anteil mit drin. Und somit ist der Stoff so geschneidert, dass er wirklich sich der Figur wunderschön anpasst und schön fällt und euch eine richtig leckere, sexy Figur macht. Und durch den Farbverlauf in das schwarz hinein wirkt ihr nochmal richtig viel schlanker. Also man könnte fast behaupten, hier wären locker mal einfach so sieben Kilo weggeschummelt durch diesen Farbverlauf in das schwarze. Und das Geniale ist, endlich kommt er wieder. Der U-Bot-Ausschnitt. Wie ihr seht, es hat einen schönen Ausschnitt hier oben. Und der war früher schon mal trendy. War jetzt erstmal vom Markt so ein bisschen verschwunden. Aber jetzt ist er wieder da. Und ich hoffe, es wird sich in anderen Karten auch wieder durchziehen. Und ich denke, bei diesem Kleid kann Teresa wirklich nichts verkehrt machen. Doch ich sollte ihr ja ein Outfit zusammenstellen. Und das habe ich natürlich getan, indem ich jetzt hier die passenden Pümpse ausgesucht habe von Greenland und, nee, Craisland, so wie die Marke war von Craisland. Und hier habe ich extra darauf geachtet, dass das Farbschema des Kleides wirklich richtig gut widergespiegelt wird, damit das ein richtig, ja, ein Outfit aus einem Guss wird. Und ich wollte noch etwas unterstreichen, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, es hat euch locker das Kleid schon mal sieben Kilo leichter gemacht. Das wollte ich natürlich bei den Beinen fortsetzen, dass eure Beine richtig ewig lang wirken. Und da habe ich natürlich hier drauf geachtet, dass der Pümp 9,9 Zentimeter hoch ist. Für die einen oder anderen nicht so, ja, bequem zu tragen, weil es doch sehr hoch ist. Für diejenigen, die es gewohnt sind, werdet ihr damit wirklich ewig lange Beine bekommen und wirklich dann richtig schlank und edel aussehen. Und das gleiche Farbschema will ich weiter fortsetzen, denn ich habe zu dem Pümp und zu diesem wunderschönen Kleid eine Handtasche herausgesucht, dass er gesagt, eine Shopper, die auch in dem gleichen Farbschema daherkommt, in schwarz und weiß. Und diesem habe ich extra andersrum gewählt, dass wenn ihr die Handtasche, die Shopper vor euch tragt oder neben euch, dass das Schwarzteil im weißen Teil des Kleides ist und der weiße Teil der Handtasche quasi im schwarzen Teil des Kleides. Dass es wirklich richtig schön verspielt ist und wiederum dieses Zeitlose unterstreicht, denn das Credo war ja alltagstauglich. Entweder zum Business oder nach dem Business, dann nochmal auf einen schönen Dinner, dass ihr euch nicht unbedingt umziehen müsst. Und damit habt ihr wirklich absolut ins Schwarze getroffen, könnte man sagen, weil das ist ein alltagstaugliches Outfit, was ich euch, schräg, schräg, Theresa empfehlen würde. Doch irgendwas würde ich noch draufsetzen, denn das I-Pünktchen sollte immer stimmen. Und natürlich kann man mit Schmuck richtig viel herausholen. Und da dachte ich hier bei ihr, sie hat kurze Haare, ein paar schöne Ohrringe werden hier wirklich wunderbar angebracht. Und da habe ich ihr hier ein paar Ohrringe rausgesucht aus echtem Stilling Silber mit ein paar wunderschönen Steinchen und Süßwasserpären. Also was richtig Hochwertiges, aber zu einem richtigen Toppreis. Und wenn ihr die Preise sehen wollt, ihr wisst, klickt hier einfach drauf, da findet ihr alle Details und verpasst nichts. Und habe ich euch zu viel versprochen, das ist doch wirklich ein wunderschönes alltagliches Outfit. Und ich denke, Theresa, damit habe ich deine Bitte wirklich in vollsten Worten hinterhergekommen. Und wenn ihr genauso wie Theresa auf euch zugeschnitten ein Outfit haben wollt, und das am besten noch mit einem Special-Preis, dann schreibt mir unten in die Kommentare so detailliert wie möglich zu was für einem Anlass, wie ihr aussieht. Und dann werde ich vielleicht morgen schon so ein Outfit für euch online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren. Und ja, verpasst kein so ein wunderschönes Outfit-Video und die passenden Sales dazu. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem wunderschönen Jerseykleid.